Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Sie werden sich vielleicht wundern, warum ich hier stehe und nicht der werte Kollege Herr Butzki, der eigentlich zu diesem Thema referieren wollte. Was Sie vielleicht nicht wundern wird, meine Ankündigung, dass die SPD-Fraktion ihren Antrag ablehnen wird. Wenn ich jetzt die Rede des Herrn Butzki vorlesen würde, würde ich nur wiederholen, was der Minister bereits ausgeführt hatte. Insofern noch einmal, wir lehnen Ihren Antrag ab und in Anbetracht vier langer, harter Sitzungstage mache ich mich jetzt auch vom Acker, wollte ich jetzt nicht sagen, Frau Oldenburg, aber ich werde mich dann verabschieden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.